Frage zum Bestand. Wie viele Fässer haben wir gestern benutzt? Es fehlen zwei. Sieben. Ah, okay. Egal, sieht aus, als hätten wir einen neuen Kunden. Wir müssen die Produktion dann um 15% erhöhen. Aber das steht alles noch nicht ganz fest. Danke für die Info. Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir sind eben noch hier in dieser Hölle, nenne ich's mal. Auf der Suche nach Lizzie Willi. Ich habe da ein paar Nachrichten gefunden. Netrunner gefunden. Wir bekommen den Netrunner in ein paar Tagen. Und bevor du fragst, er hat keine Ahnung, worum es geht. Er denkt, dass er Hardware testen soll. Meine Herren, ich muss ein paar Virtus loswerden. Aber wir brauchen dringend neues Material. Geschlecht egal. Genere mehr Haut als Chrom. Natürlich nur ein Weg. Alles auf Verhandlungsbasis. Sag mir Bescheid, ob wir uns da einigen können. Miss Schobo. Vielleicht sollten Sie erst mal gucken, an wen Sie sich wenden. Heisse Schnecke für Bidi gesucht. Kunde will Bidi mit weisser Frau. Muss viel aushalten. Ohne Schmerzmittel. Erfahren, jung, umwerfet. Schön. Keine Terminierung vorerst. Kannst du dich darum kümmern? Wird immer noch jemand gesucht? Ich habe das perfekte Mädchen dafür gefunden. Viele Grüße, Nadja. Definitiv. Schick mir eine Demon-Aufnahme. Netrunner, kein Happy End. Hey, wir möchten einen Streifen kaufen, in dem ein Netrunner versucht, die Blackwall zu durchbrechen. Müssen wohl kaum darüber reden, wie das endet. Wir zahlen jeden Preis und stellen keine Fragen. Aber erstens, der Bidi muss von höchster Qualität sein. Und zweitens, wir bekommen vor der Zahlung eine Kostenprobe. Wir haben bereits mit dem Casting angefangen. Der Bidi wird in ein paar Wochen für Sie bereitstehen. Okay. Ja, gut. Wir werden ja mittlerweile wissen, schlachten die hier Leute aus. Benutzen sie für Bidi es. Glea, weiter geht's. Und ja, keine Ahnung, was alles hier angestellt wird. Auf jeden Fall nichts Schönes. Sieht man ja. Koffers. Klassik. Can't go wrong. Handschellen. Intakt. Menschliches Blut. Alter Schwede. Not me, not me, not me, not me. Echt traurig. Können wir mit Joing noch reden? Wieso wird da immer noch was angezeigt? Nee. Okay, wir sollten echt weiter. Keine Ahnung, Jolie, wir finden sie. Okay. Ja, sieht so aus. Hast du nicht ganz unrecht? Und jetzt? Finde Evelyn. Okay, wir gehen rein. Danke. 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 Ist das ein Sein? Nee. Alter. Alter. Ach du Scheisse. Sieht ganz und gar nicht gut aus. Für die Leute, die hier drin gefangen, genommen werden. Und überall Ersatzteile, Arme, Beine. Weiss der Teufel was. Leiche weiblich. Implantate wurden entfernt. Oh, shit. Gutten. Gutten out all her implants. And why stop there? Took a few internal organs while they were at it. How so very resourceful. Scavs. No matter how many you stamp out, there'll always be more crawling around somewhere. Figure you've made their acquaintance. Afraid so. Echt traurig. Was hier passiert. Sehr gut. Da drüben stehen übrigens welche sehe ich gerade. Kann das Netzwerk ausschalten? Toten Netzrunner. Das war der von dem wir gelesen haben. Ja. ÄÁ. Hehehehe! Hehehe! Na? Leiche? Tod auf Zelle durchsucht gehört nicht Evan Park. Ok, da ist auch noch einer. Komm schon, geh da hin. Ja, noch ein bisschen. Nice. Okay, hier drin kann ich nix. Ja doch, könnte ich was machen. Hehehehe! Sieht doch ganz gut aus. Wenn Corporations prosper, so does the community. Evalon Parker, da haben wir sie. Die kann ich leider nicht hacken. Okay, unser Standardbild gleich aufgeflogen. Leise! Was auch immer du hier hinten machst. Die meisten sind ja sowieso schon tot. Bringt ja eh niemandem gross mehr was. Die anderen zwei sind sowieso in ihr. Okay, da kommt noch jemand. Ah! Die anderen zwei sind voll in ihrem... Vielleicht ist sie schon hier. Ich hab sie schon gesehen. Ich hab sie schon gesehen. Ja, echt schade um die Leute. Errata! Errata! Wie viele Leute das sind! Junge, Junge! Ich hab sie schon gesehen. Warum hier kann ich wieder? Ich hab sie schon gesehen. Echt traurig. War ich hier schon drin? Ofen-explosiv! Wow! Hätte man was schönes machen können. Einfach kurz den Ofen anschmeißen. Dann wär's das gewesen mit den Leuten. Dann wär's das gewesen mit den Leuten. Wieso kommt sie jetzt wieder her? Wieso kommt sie jetzt wieder her? Komm her, Juli! Das ist auch irgendeine Leiche. Night City ist in der nächsten Morgen. Wie hast du mich gewunden? Was glaubst du denn? Ich hab deine Feierwolle durchbrochen. Ging wie ein heisses Messer durch Butter. Veraltete Code Gates. Prähistorische Systemarchitektur. Deine Firmware hat mehr Löcher als ein Gangbang-Joytoy. Kommt zum Punkt. Ich glaube, Netwatch hat mein... mein BBS gefunden. Was? BBS. Ein Ort, wo Netruns dich austauschen. Ohne beobachtet zu werden. Eine Art Hacker-Club. Klar. Okay. Und was hat das mit mir zu tun? Deine Agentur hat Zugriff auf eins davon. Wenn du ein wenig rumschnüffeln könntest, ich geb dir die Koordinaten. Nein, ich kann nicht. Bitte. Wenn die uns finden, halten sie sich nicht mit Fragen und Festnahmen auf. Verstehst du? Tut mir leid. Ich hab's dir vorher schon gesagt. Wir zwei sind fertig. Wenn du Hilfe willst, frag Max. Vielleicht hat er neben seinem Riesenschwanz ja auch was Nützliches zu haben. Zum Beispiel Kontakte. Oh, das war sein Kopf. Oh, hier auch. Ups. Schön, schön, schön. Okay. Gewaltsam öffnen können wir was... No, bleiben nicht. Gewaltsam öffnen. Zugangssplitter. Zugangssplitter. All right, I'm here. Let's find her. Hang in there, man. Ich hab sie schon gefunden. Komm her. Und hier hab ich auch schon alle erledigt. Noch mehr Money. Für uns. Okay, das war ziemlich einfach. Ich weiß, ich brauch irgendwie für... Oh. Den Ort erkenne ich doch wieder. Okay. Gleicher Tod gehört nicht Evelyn Park nicht. Ja. Das ist das, was wir im Bidi gesehen haben. Genau dieser Ort hier. Ich hoffe, nachher ist hier Ruhe. Hey, you there. Yes, I'm talking to you. Are you telling what you want? Let me guess. Stirb doch endlich. Nachrichten haben Strom. Wir haben es geschafft, einen Generator zum Laufen zu bringen. Aber da ist immer noch ein Problem mit den Einstellungen. Das Licht ist entweder im Klo oder im Studio an. Wir dürfen einfach nicht, wie wir beide gleichzeitig hell kriegen. Dann macht ihr halt keine Pinkelpausen. Sonst fällt der Schauspieler auch seine Rolle. Und für so einen Scheiss haben wir keine Zeit. Das wird das Equipment im Studio nicht ausschalten. Und ist klar. Wehe ihr kommt darauf, euch meinen Generator zu holen. Wenn ihr keine Lösung findet, ist das euer Problem. Von mir aus könnt ihr bis zu den Knien in Scheisse und Pille stehen. Solange ihr arbeitet und die Bidi's fertig werden. Ich wollte daraus frischen Luft schnappen und die Scheisslaternen flimmern, wie die Stromskoblichter im Totentanz. Entweder das Mädchen, mit dem wir den Bidi gedreht haben, schickt Morse Nachrichten raus oder ihr Implantat saugt genug Saft, um den Strom in Lamm zu legen. Dann baut extra Sicherungen ein oder so. Wir sind in einem verfickten Kraftwerk. Es wird schon irgendwas drum liegen. Seid mal etwas kreativ. Setzt neuen Stromregler ein oder so. Fuck, als würde ich mit kleinen Kindern arbeiten. Ja, ja, ist ja schon gut. Wir lassen uns was einfallen. Ich mache jetzt erstmal Pause. Okay, Judy, bist du bereit? Ich schlug die Perholt. Ich sehe. Sie Gäben. Kabel 2 Bitt und sag mir. Ich will es schaden. Ich habe die Perholt zur Seite meiner. Ich werde die Perholt. Was ihr denkt? Was ich gerade mache? Was ich hier mache? Was wir hier gemacht haben? Was wir hier gemacht haben ist. Wir finden die Wahrheit. Wir tue ihn. Johnny, sie ist wichtig. Oder sie ist ein besserer Team, als wir glaubden. Alter, Jodie. Fuck, sieht gar nicht gut aus. Judy. Habe ich ja gar nicht. Nee, das passt absolut gar nicht. Johnny, was hast du sagen? Nicht. Alright. Ich hoffe, sie kommt wieder auf die Beine. Ich stehe nie, Mann. Okay, mach es deinem Weg. Smoke zu deinen Lungs content. Finally, etwas besser als Exhaust in der Stench der Stadt. Don't tell me you don't feel it, too. We going in? Let's give him a couple. You saw how she looked. If it was up to me, I would have splashed some water on her face back at the studio and asked her straight up. It's not up to you, though, is it? Let's go. Ach, Johnny, immer. Sind abgeschlossen. Disaster piece. Ja, und damit würde ich sagen... Was für eine Mission. Wir haben Evelyn endlich gefunden. Aber... Kommt sie wieder auf die Beine. Wird sie gesund? Fragen, die wahrscheinlich vorerst unbeantwortet sein werden. Ich bin gespannt, ob sie auch uns irgendwas sagen kann oder nicht. Findenfalls sah das gar nicht gut aus. Damit würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder von Cyberpunk 2077. Tschüss. I got you. In 2077, they voted MyCity the worst place to live in America. Main issues, sky-high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else. Main issues, sky-high rate of violence and пожarren. Main issues, sky-high rate of violence and more people living below the poverty line. Yay. Main issues, sky-high rate of violence and more people living below the poverty line. Numerous istil, sky-high rate of violence and more people living below the poverty line. Bei uns in Daly, we are not going to do these last week. Why is it the only time to live in America tonight? Was it the only time to live there? I don't know, at once in the time of a season. I don't know, unfortunately maybe it will be a big deal. I can't remember that I don't know. I don't know what I do. I'm not going to do that. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020